SKYFORD Ganz so extrem auf Story und Vorlesen achten Einfach, weil Wir hatten das schon Die beiden Dungeons, die ich übersprungen hatte bei der Closet Beta Die werde ich nachholen Noch ordentlich Aber so das Gebiet danach, was so länger gedauert hat Da werde ich einfach durchrasen, weil wir wollen ja schnell sehen, was neu ist Okay Was ist neu in der Open Beta Wir haben Keine Level-Obergrenze Ich habe nicht ganz verstanden, was das heißt, weil es gibt keine Level Es gibt dieses Prestigessystem Und Die Charaktere, die man erstellt hat Die werden nach der Beta Nicht zurückgesetzt, das heißt, wir können die Direkt übernehmen ins Release-Game Kurz den Stuhl richten Ja, da ist alles berichtet und Drücke zum Fortfahren auf Space Erfahren wir auch mal, wer wir sind Woher wir kommen, was wir gemacht haben, warum wir unsterblich sind Und was die ganze Scheiße Eigentlich soll Schau, Untertitel War schön mit dir Ja Man sieht direkt die FPS Warte mal, sieht man die? Ja, sieht man sogar tatsächlich immer noch Links Warte, ich mache mal hier in dunklen Hintergrund Da sieht man das gut FPS Das sind gerade bei 40% Du Scheiße Okay Kurzer obligatorische Blick Auf den MSI Afterburner Auf das On-Screen-Display Wir haben Ich habe keine Ahnung, wo der Flaschen hat Das ist das Muss 3X9 beim Aufnehmen selbst sein Ja Hinweis WRSD Natürlich Wir kennen schon die Steuerung Und deshalb wollte ich mal was ausprobieren Das mache ich aber Jetzt So, Einstellungen sind getätigt Ich wollte gucken Das kann ich ausmachen Ob ich in WQHD aufnehmen kann Aber Nee, leider geht das nicht Die FPS dropen auf unter 30 Und 40G noch gerade so in diesem Spiel Ich habe ungefähr 70, 80 Ohne Aufnahme Es ist schade, dass es nicht perfekt läuft Ja Das Schiff kennen wir doch Ist es dasselbe? Ist es auf jeden Fall dasselbe Modell Wie aus der Open Äh, der Closet Beta In einer meiner letzten Folgen In der vorletzten, glaube ich Da ist ja in diesem Tempel-Ruin-Gebiet Ja, auch so ein Schiff gelandet Aber da waren keine Leute So, erfahren wir doch erstmal Was ist eigentlich unsere Geschichte Leider haben die das Leertastensystem Noch nicht weggemacht Sollte da nicht so eine Art Tutorial noch kommen Wer wir sind, vorher wir kommen Und was wir überhaupt hier machen Oh ja Ich werde dir alles erzählen Ich werde mich dir öffnen, bitte Nimm den Schmerz von meiner Seele Nicht Ja Das obligatorische Tutorial Vor dem Tutorial, das ich mir letztes Mal übersprungen habe Ich muss sagen, diese Rüstung, die gefällt mir extrem gut Die sieht einfach so Cool aus, so Keine Ahnung Spartan oder Spartaner aus der Vergangenen Aus der Zukunft Ja, ich bin unsterblich da Gehör ich nicht hin Jetzt sind euch mal die Texturen aufgefallen Die Details Die sehen immer noch ziemlich schrecklich aus Die habe ich beim letzten Mal schon bemängelt Ich finde, da können die ruhig noch mal ein bisschen mehr Auflösung reinquetschen Würde dem Spiel sehr gut tun Da im Chat wird schon empfohlen V-Sync auszuschalten Oder V-Sync Kann ich auch sprechen, wie man will Ich sage V-Sync normalerweise Ähm Was? Das hast du gar nicht gesagt Er hat gerade zu mir gesagt auf Englisch Dass ich zu ihm hier schnell hinkommen soll Und da stand ich, erwürge dich What the fuck? Will der mich verarschen? Ich lasse mir Zeit Keine Sorge Okay, dann gucken wir uns mal Ich kann wieder ranzoomen Das sieht doch eigentlich alles sehr gut aus Da, die Details Ja, ich achte gerne auf die Details Von heutigen Spielen Die sind mir wichtig Das geht in Ordnung Ja, da sollte man nicht zu nah rangehen Da sieht man direkt die An scharfen Kanten Und Ja, ansonsten geht das eigentlich, ne? Fabelhafter Ausblick Warte So Thumbnail Time Der Berg Auf jeden Fall sehr gut Gezeigt, also Inszeniert Atmosphärisch gestaltet Da liegen ein paar Leichen Mit denen haben wir nichts zu tun Okay Jetzt ohne weitere Verzögerung Hier ist es Die Stadt Vianor Die Berge sagen, die Lokale Die Berge sind in der Stadt Die Residenz sind in der Stadt Wir müssen sie finden und evakuieren Klar Schau ihnen, wer ist der Boss Warum mich? Warum soll ich alleine hingehen? Mit euch wäre ich viel sicherer Naja Die Stadt ist krawling Mit Bärchen und Karrionen Aber es ist kein Ziviler in Sicht Ich schaue Okay Ja, mache ich Keine Sorge Verlass dich auf mich Ich bin der Wester Das wissen wir Wir sind schließlich Ein Götteranwärter Na, du Hübsche Wer bist du denn? Du bist Ah Miss Pixelmarch 2015 Habe ich nicht einen Sprint? Hatte ich nicht einen Sprint? Klar doch Hallo Wieder Schnauze Wieder kann ich nur angreifen Wenn ich ein Ziel habe Ich find's doof Nimm die Dynamik raus Kreditpunkte Ich werde die ersten Folgen Mit den Teilen Die ich schon gemacht habe In der Closet Beta Kürzer halten Einfach Hatten wir schon Dann will ich hinter mir springen Ich will sehen, was neu ist Stirb Ich werde mal gucken Da ich diesmal das Spiel Oder das Video Ein bisschen mehr hochskilliert bekomme Auf VQHD Dass man auch entscheiden kann Ob man in 1080p gucken möchte Oder ob man in 1440p gucken möchte Für die Qualität Wir gucken ja nicht alle auf dem PC Oder auf dem großen Monitor Sondern auch auf Smartphones Und ich kann das verstehen Weil nicht jeder hat die Zeit Ständig vorm PC zu hocken Oder möchte sich die Zeit dafür nehmen Ist so ganz angenehm Wenn man von der Schule Oder von der Arbeit nach Hause fährt In Bus und Bahn sitzt Und sich dann ein Video Auf YouTube anguckt Ist ja viel gechillter Guck mal, wir haben schon wieder Hallo, jeder? Warte Genau, mit Shift ging das Da könnten wir jetzt mindestens Den Dash machen Ich möchte ganz gerne Den Dash per Doppelklick ausschalten Ich finde den extrem nervend und störend Ich habe dein Moveset schon durchschaut Ich bin Schlimmeres geworden Ich habe Dark Souls 2 gespielt Mit 60 FPS Bug Nein, habe ich nicht Aber das sagen wir eben nicht Jetzt drängt er nämlich mit Stärke Das ist psychologischer Krieg Aha Und du bist tot Katzchen-Time Das gute Obst Oh no Jetzt kommen gleich wieder Drop Sounds Von Dubstep Gehört? Da ist schon wieder Das was ich meine ist Ja, war es wieder Und noch einmal Mein Gott Der Dubstep-Train ist einfach Überall Oh no Das war unfair Ich kann kein Kamehameha abwehren Nein Das wird weh Warum? Ernsthaft, warum wollen die Leicht mitnehmen? Also was ich hier meine Dieser Drop Dieser Dubstep-Sound Ich meine das ist dieses Boom Wenn es halt Langsam immer tiefer wird Ich kann es mir so gut nachmachen Ich habe nicht so eine Bassstimme Na egal Ein Berg voll Leichen Und obendrauf Ich bin der König der Leichen Das ist mein Königreich Ich habe nur so getan Als wäre ich tot In Wahrheit war das nur ein Trick Um sie zu infiltrieren Dass die Zivilisten Dabei sterben mussten Tja Ein bisschen Schwund ist immer Gehörte alles zum großen Plan Tausend Opfern Um Zehntausend zu retten Kein so gutes Verhältnis Aber Wir sind der Held der Geschichte Wir dürfen uns alles erlauben Punkt Wir sind der Kritik Anderer erhaben Guck mal Hier leuchtet der Steinblau Warum? Ich weiß es nicht Oh Warte 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 Einstellungen Steuerung Spiel Was ist denn an der Zerti Tastatur? Ich kenne nur die Querti und die Querts Hä? Was ist denn an der Ach keine Ahnung Schon wieder irgendein eigener Standard aus Nordkorea So wo ist das? Der Dash Kann ich den nicht ausschalten? Aha Nein Hatten wir schon Tja Können wir nicht Dann leben wir halt damit Uhu Ich ignoriere euren Loot Weil Naja Was will ich damit ne? Hallo Gott Habt ihr ne lange Leitung Kann ich gerade drückt halten? Nein So Wir werden diesmal auch keine Yolurina Svegans nehmen Was ist das denn? Darth Maul Im Glas Das schon wieder Was Drops Und zwar in Slow Motion Ihr könnt mich nicht töten Ich bin unsterblich Ihr könnt so viele von uns schicken Wie ihr wollt Ah schon wieder so ein Was Drop Und noch einer Ich höre das viel lauter als ihr Weil ich habe Kopfhörer an Und ich habe den Sound nicht leiser gestellt Wie ich es bei den Aufnahmen hinterher mache Tja Das war mal ein Rechtsklickangriff Wollte ich mal meine 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 schnell Zugriffsleisten Angriffsdinger sehen Mein Gott Wie heißen die Dinger nochmal Die 1 2 3 Attacken Ja ja Wie oft habe ich das schon Gold von den Bösen Ihr werdet bezahlen Ich brauche diese Leute nicht Ich kann das alles ganz alleine schaffen Und was noch Was gibt es noch Ich werde dich ganz langsam töten Und vernichten Und au 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 Schlag mich nicht so fest Immer dieselbe Leier Wir kennen das schon Du bist auch nur ein 0 auf 15 Böse dich Hier guck mal Zack Alle tot Es ist egal wie viel du schickst Ich habe es nochmal gesagt Ich bin unsterblich Ah Junge Nervt mich nicht Ich werde jetzt einfach hier nur Button Meshing machen Und schon habe ich gewonnen Warte der war noch nicht tot Ja und Ich habe einen Rechtsklick Auch zum Es ist noch gar nicht das Finale Ja Oh Hände Wichst du dir damit jeden Tag ein ne Hast keine Freundin Hast diese Magie erschaffen ne Ja Ich habe dich doch schaut Ah Vielleicht war der Angriff ein bisschen zu früh Egal Jetzt bin ich gleich wieder ready Ich bin unsterblich Ich kann gar nicht sterben Siehste Guck mal Ich komme mal hier hin Dann kriege mich deine Griffelchen auch nicht Ah du bist so ein gefährlicher Boss Nicht Was machst du da Renn nicht weg Ah Jetzt muss ich echt so machen ne Warte mal Der Angriff hat nicht gesessen Jetzt kriege ich noch Nein Jetzt kriege ich hier echt noch Probleme Hahaha Warte So Problem gelöst Nein So du bist tot Bist du tot? Du bist tot Hashtag T-Bagging Ah ja Jetzt kommt das wieder Drück F und die Belohnungen zu erhalten Die haben Golfbälle da oben hingebaut Ich hab hier keine Maus 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 Du hast eure Schere von Trialen Aber remember Die darkest hour ist gerade vor dem Don Das neue Leben ist ein rare Privilege Immortalität Es ist etwas, was wir noch nicht voll verstehen Wenn ich unsterblich bin Und ein Alter für mich keine Bedeutung hat Was mache ich in der Midlife Crisis Kriege ich eine Midlife Crisis Wann ist diese Midlife Crisis Ich meine mit 40 Im Verhältnis zur Unsterblichkeit Ist ja noch Säuglingsalter Ich will nicht zu diesem NPC Ich mag den nicht einmal Ich werde ihn lieber springen Nein, darf ich nicht Ah, ja, 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 ja Er ist ein Miracle-Worker in seinem Weg Er ist wartet für dich Jetzt geh Ja Wir dürfen wieder zu dieser Quaselstrippe hin Wisst ihr was? Ich werde ihn skippen, okay? Er wird uns nur erzählen, wie toll er doch ist Und wie unwichtig wir noch sind Und wie wichtig es doch ist, dass wir ihn kennenlernen Oh Gott, ich sehe ihn schon Geh weg Lass mich in Ruhe Ich mag dich nicht Ich mag den nicht Jetzt kommt recht das Tutorial Wir hatten gerade ein spielerisches Kampf Tutorial Uns wurde erklärt, wie wir angreifen Wie wir unsere Skills verwenden Wie wir daschen Wie wir Gegner angreifen Alles spielerisch erklärt Und jetzt kommt das Ganze noch einmal Plus Erklärung Und ich finde das so dermaßen überflüssig Ja, 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 hier Ich darf eine Klasse aussuchen Ich kann sie jederzeit aussuchen Den hatten wir beim letzten Mal gehabt In der Closed Beta Wir können jederzeit zwischen den Klassen switchen Was bist du? Siehst aus wie ein Gladiator Niemand will Haben wir nur die drei Klassen? Hallo, das ist die Open Beta Kriegen wir ein paar mehr Klassen? Muss ich das Founder Pack kaufen? Hm Der war schon ziemlich geil Nahrkampf ist immer so Standard Boah, wehe, du bist scheiße Ich schwör dir Wehe, du bist scheiße Der Lichthüter Und da oben spielt das Tutorial Okay, ist weg Ähm Was können wir denn? Haben wir schon eine Passive? Nein Zucken des Flimmern Okay Da ist keine Heilung bei, ne? Okay, nehmen wir halt den Ähm Was ist das denn? Inkarnation aus Licht Ach, Grundhaltung Und das ist was anderes Oder wie Alternative Ich hab keine Ahnung Klasse, wechseln Mein Körper war kurz weg Gott, sieht der scheiße aus Mit dem Kranz auf dem Rücken Oh, guck's mich an Ich bin der Der Jesus aus dem Jahre 2150 Was können wir denn jetzt? Ich kann Flavius heilen Nimm das Und das Ja Attacke Frisch das Meine Attacke kannst du nicht standhalten Das bringt gar nichts Dann nimm das Was? Kein feindliches Ziel Und das Wieso nehme ich dir Wieso mache ich dir ein Schild? Ich will nicht, dass du das Schild bekommst Ich will ein Ego-Schild haben Was jetzt? Zu dir kommen Blub Hm Wir dürfen schon wieder das hier machen Okay, ähm Wir wissen, wie wir machen, ne? Ich glaub, dass Kann ich nicht einfach importieren Was ich schon hatte? Nee, ne? Okay Ich sag euch was Ich versuche die Jolurina Swaggings Wiederzubeleben Aber offscreen Ich glaube kaum, dass ihr zum zweiten Mal Sowas sehen wollt Ich meine, wie spannend ist eine Charaktererstellung? Also gar nicht Also bis jetzt Darf ich vorstellen Jolurina Swaggings Oder wie auch immer, wie sie nennen werden Im Endeffekt ist der Name auch nur geklaut Sieht sie nicht schübsch aus? Diese süße kleine Stubbschweinennäschen Die Rausspringenden Lippen Total überdimensionierten Brüste Die total beschissen aus hier in diesem Spiel Aber sie wackeln Warte, ich mische Ah Ich brauche ja wieder Ah Perfekt Peng Dankeschön Du heißes Stück etwas Damit kriegen wir ein perfektes Thumbnail wieder hin Mit den Hintern Wenn ich jetzt ranzoome Ja, könnte ich diesen Diesen Moment erwischen Wo der Hintern am größten ist Ah Ja Da Habt ihr gesehen, wie ihr draufschlägt? Patsch Hahaha Hahaha Ja, komm Zeig's uns Okay Wie würde es hintern? Nee, ich möchte ja nicht Patsch Okay Perfekt Perfekt Kleidung anzeigen Waffen anzeigen Diese Fresse einfach Ich finde die so herrlich Okay, weiter Kleidung Oh, seht mich an Ich bin eine Heilige Das war's Das sind ihre Kleider Das ist sie doch Gut Gesicht ist nicht eins zu eins Perfekt Komm Ich brauche noch Ohrringe Ich brauche möglichst riesengroße Runde Ohrringe Perfekt Ich finde die Physik cool Gibt's noch ein bisschen Was hässlicheres Die sind schon sehr gut Oh, guckt euch an Wie scheiße die aussehen Nein Die müssen Das sein Die sind so riesengroß Auffälliger Rot Ja, das passt zur Kleidung Kopfbedeckung Ich muss sagen Das ist noch das schönste Einfach was das Gesicht verdeckt Keine Ahnung Irgendwie finde ich die Mütze cool Aber das verdeckt die Haare Mir zu sehr Also Ohne Masken Wo sind die Ich will die sehen Kann man sich noch richtig Ich will eine pinke Brille haben Wisst ihr was Ich finde die Brille ist irgendwie cool Weil wir wollen keine coole Brille Wir wollen eine lächerliche Brille Das hat irgendwie Das hat doch was vor Mit Pimp Nehmen wir das So Reicht, ne Weiter Rennen Schwerfällig Haltung Ich will irgendwas Klobiges Aggressiv Muss hoch sein Okay Das schwierigste Der Name Eine lächerliche Figur Jolo Rinas Wiggins Haben wir ja schon Ich möchte ganz gerne Außerdem Wenn irgendjemand Mal im Chat schreibt Jolo Und mich meint Dann werde ich Garantiert nicht kommen Okay Dann machen wir Heute raus Eine Eine Schacklin Machen wir heute den Nachnamen Jolo Zweck Gins Perfekt Er schafft noch ein Spielen Er schüttelt auch schon den Kopf Er wollte sagen Nein, geht gar nicht Nein Nein Ziel liegt Doch, doch Genau so Okay Nein Nein, ich will nicht Ich will überspringen Kein Ausgang Wir sind gefangen Wir haben wieder unseren E-Angriff Wenn der fast tot ist Kann ich ihn aufladen Noch nicht Ich habe noch keine Aufladungsattacken Oh Gott Ich fand aber Das Eisgedürn So viel cooler Als Am Finalen Angriff Ich habe noch eine Eins Das ist cool Die Zwei Ah, das macht ein Schild Ey, genau Die Zwei ist das Schild Und die Eins ist ein Angriff Übrigens war gerade das Tutorial Ziemlich, ziemlich kurz da Na Erhöhe die Kräfte Eines freundlichen Ziels Indem du Ja Achso Ne, nur die Taste drückst Ähm Wende die Fähigkeit Zwei an Und mein freundliches Ziel Tasse Ja Kann ich mich eigentlich Selber heilen Guck mal Bei meiner Lebensenergieanzeige Ist das ja Schild angezeigt, oder? Greif ich mich mal an Naja Ah, das war der Und E Der war doch gar nicht tot Wieso macht er sofort hier Blackscreen und Flavius, du bist ein Arschloch Ich mag dich nicht Weißt du das? Boom 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 Alle tot Der Skill ist cool Ich mag ihn Ah, wir enden Weg hier, weg hier Ich will nicht, ich will nicht Lass mich in Ruhe Fehler Die Karte konnte nicht geladen werden Er Haut er mich einfach mal aus dem Spiel So ein Arsch Dieser Flavius Wenn ich den kriege, ne? So, jetzt will ich mal was gucken Okay, der lässt sie aus Ah Im göttlichen Observatorium Ja Im unendlich leeren Square Ich bin der Heiler Ich brauche mal einen Spieler Äh Mit welcher Taste kann ich eigentlich Die Lock drin lassen? Ah Mit den F-Tasten Okay Zum göttlichen Observatorium Hier drinnen wird es warm Scheiß, wie der Sommer kommt zurück Was soll ich noch machen? Äh Heiß ist der PC nicht Jedenfalls nicht mehr Lade will So Jetzt kann ich mal gucken Ah Ne, wie soll der heiß werden, ey Am Arsch, bitte heiß 24 FPS Hilfe Scheiß, Habs Excellent choice Each combat school Is more than just a set of skills It is a special path A philosophy It is time for you to learn About the mission of Aelion's gods Come closer to the model Of the planet Listen Do you hear that? Nein Eben war ich was Hä? Eben war ich noch kein Gott To save lives Eliminate threats And offer hope Go Aelion is waiting for you Wie gesagt Ja Das Spiel lädt sehr langsam F1 akzeptieren Freundschaft Nein Ich will noch keine Freundschaften schließen Ach ja Hab ich ganz vergessen Das Spiel ist übrigens EU Ne Das ist hier kein deutscher Server Spanischer Server Französischer Server Und so weiter Sondern das ist einfach EU Wo alle Europäer zusammengeschmissen werden Finde ich ziemlich scheiße Das ist Das ist Der Trend in diese Richtung geht Weil Nicht alle Deutschen Können Spanisch Oder Englisch Oder irgendeine andere Sprache Schließlich sind wir ja hier In Deutschland Und nicht in ein Europaland Wir sind nicht wie Amerika Ein Kontinent Wo alle Zusammengehören Und confirm Ja ja Wir machen die erste Hauptmission Mitmachen Oder alleine machen Sondern wir sind hier Obwohl wir EU heißen Sind wir immer noch Deutschland Für Deutschland Für uns Nicht für die Spanier Nicht für die Franzosen Sondern wir sind Wir sind nämlich Wohl wir in Europa Boah Kommt euch mal in Ruhe Kados Schon wieder Checkt die Map Ihr irritiert mich Der aus verschiedenen Ländern Besteht Der auch ganz gerne Jedes Land Individuell behandelt Werden möchte Und deshalb am besten Auch jeder Einen eigenen Server bräuchte Und deshalb trennt eben Deutsch Keiner Wenn ich jetzt kein Englisch könnte Und ich kann nicht besonders gut Ich kann es lesen Aber ich kann es nicht sprechen Ja dann hätte ich jetzt Dann habe ich genau jetzt Probleme Weil Alle auf einen Server geschmissen werden Und ich die Sprache nicht spreche So Genug gelammert Über Sprachen Die ich nicht spreche So Ja ich habe was gefunden Lass mich in Ruhe Boah du Gladest Gladest Verschnitt Wir mögen dich nicht So ich hoffe Ich bekomme das hin Mit der Qualität Dass die in Ordnung ist Warum Nein Eins Boom Ich soll Die Soll ich die eigentlich Wieder mit der Mit dem Päh Ich bin raus Sorry Typ 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 Ich habe Ich habe einen Ring Den benutze ich Das war nicht ich Ich kann kein Eis Der ist gar nicht so schlecht Ich freue mich schon drauf Wenn ich nachher Den AOE Angriff schaffe Äh Ich habe Buffs Aber ich kann Kann ich irgendwie Eigentlich die Maus Freisetzen Freigeben Damit nicht Mit Tab Gedrückt halten Nein Alt Steuerung Gar nicht Auf jeden Fall habe ich Buffs Und die machen irgendwas So Wendefähigkeit Zwei auf ein Freundliches Ziel an Ah So Da Tada Abgeschlossen 1000 Punkte Für bekommen Was habe ich noch Beseitige die Würz K L Wo war nochmal Ach ja Alles Alles über Escape Fortschritt Tasche Fähigkeiten Ich möchte gerne Ist Inkarnation Das Licht Zufälligerweise Der God Mode Man kann ja hier Einen God Mode erreichen Wenn man Einen bestimmten Fortschritt hat Und dann kann man Den God Modus übergehen Und ja Ich übersetze mal Frei als Super Saiyan So Quest Charakter Pantheon Du musst in den nächsten Sieben Tagen Mindestens zwei Spiele rekrutieren Sonst wird das Pantheon automatisch Aufgelöst Der Name Muss aus mindestens Drei Und höchstens Dreißig Bezeichnen Bestehen Es wird nur Lateinische Buchstaben Erlogged Mehr dazu Kannst du Namensregeln Erfahren Kann ich euch Hier anwerben Das ist ja cool Ähm Ja die coole Karte wieder Ah genau Auf der Karte Waren die Quests Hier reinkommen Ich habe Nach dem Closed Let's play Nicht weiter Gespielt Weil ich es Nämlich nicht mag Zu spielen Einen fortschritt Zu erreichen Der dann eh Wider gelöscht Wird So Einfach töten Einfach töten Einfach töten Okay Das ist einfach Ein Schild Aktivieren Ist er auf Zeit? Ja der ist auf Zeit Der Schild Haha Boim Hihihi Verwenden Wegtreten So Na die 1 Nein die 1 Das ist glaube ich Auch noch ein Einzelteelangriff Ne Das ist eigentlich Egal ob ich Dir jetzt helfe Oder nicht Das hilft ja Sowieso Für uns beide Okay Rechtsklick ist Der AOE Das ist wichtig Zu wissen Wieso bist du Jetzt stärker Wie ich schon Sagt Das ist ganz Egal Ich werde mich Nicht darüber Aufregen Dass er mir Mein mob Gestohlen Hat Spast Der AOE Ist cool Ich mag Den AOE Du bist Tot Kipp um Okay Items Noch mehr Items Aber eigentlich Sind es nur Wertlose Wertgegenstände Achso Und wir Kriegen Wieder So Ja 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 Firma Dankt Und sie Sind tot Weil ich Stärker Geworden Bin Und warum Bin ich Stärker Geworden Weil Ich habe Keine Ahnung Ich habe Was Neues bekommen Probieren wir Gleich Aus Ich fand Den Eismeteor Von den Frost Dings Da Voll geil Hätte ich gerne Nochmal Nein Nicht springen Nicht springen Verwenden Hallo Danke Und noch Ein Bekommen Ja Kaputt Ui Was für denn hier Egal Hier ist drei Der ist cool Ich freue mich schon auf meinen nächsten C-Angriff oder meinen ersten Weil die sind immer sehr stark, da sind hier diese Aues Und ich hoffe, dass es sind diese Aues Es war auf jeden Fall bei dem Eistipien ein Aue Und der war ziemlich stark Der ist kaputt So Das ist einfach meine viel zu starken Angriffe, die nicht mehr gehen, weil ich kein Mana mehr habe Jetzt habe ich Mana Da Frisch den coolen Angriff Ich wollte eigentlich total durchrennen, jetzt brauche ich wieder so ewig Naja, was soll's Ich habe ja trotzdem meinen Spaß Ähm, 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 ähm F Okay So, die müssen wir Müssen wir die weiter kaputt machen Oh Gott, die greifen einfach nur nach mir Okay Okay Was ist ich anders gewollt? Ich kann ihn immer noch zerstören Geh weg, meiner F Die nächste Belohnung Wir können wieder auf K drücken und irgendwas erhalten Ich weiß nicht, was es war Wir haben ja unser Sphärobrettet, was das sein soll, noch nicht Unser Skillbomb Du Warte mal, der Taster Achso, hinlaufen Ach, Quatsch Betreib's Ja, gefährlich Warte Da ist es Ich kann den AOE jetzt benutzen Oder den aufgeladenen Angriff Ist das noch eine Heilung? Nein Was ist das? Ich weiß es nicht Alter, lass es sein Du hast keine Chance gegen mich Merkst du das nicht? Guck mal Es ist sogar noch einer, der hilft mir Keine Chance für dich Siehste? Siehste? Ich brauche nichts machen und schon kriege ich Hilfe Siehste? Geschafft Ganz alleine Ohne Hilfe Ich geh mal kurz in Deckung und dann rüste ich mal den Ring aus Der mir Kühnheit und Glück bringt Ach ja, ich muss ja vielleicht noch die Dinge hier erklären Kühnheit und Glück Kühnheit und Glück Und erhöht den kritischen Schaden Geist erhöht Impulsschaden Hier sehen wir, was wir haben Kühnheit erhöht Ne, Stärke, ne? Erhöht minimalen Basisschaden Also das ist ja, ne? Einfach nur Ähm So, was war das jetzt eigentlich? Das ist cool Jetzt kommt direkt wieder Kann ich den Angriff auch gedrückt halten? Nein So, wir müssen mal gucken, weil ich den Angriff gedrückt halten kann Alter, ich habe einen Laserstrahl Friss mein Laser Rutzel Cool, ich habe einen Laserstrahlenwerfer Ich habe einen Laser Ist das cool Der macht keinen Schaden Der macht einfach extrem wenig Schaden Oder der hält einfach nur extrem viel aus Das könnte es natürlich auch sein Nein, der Laser hat einfach nur keinen Schaden Das alles Schade eigentlich Alter, ich habe einen Laserstrahl Ich brauche eine Waffe Ich könnte auf F drücken Dann bin ich auch fertig, ne? Hallo Kann ich den jetzt heilen? Nein Wupp Schild Ähm 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 Ich kann nicht heilen, ne? Ich greife aber an Ich wollte aber Geht nicht Ähm Gehe zurück zum Speer Unten rechts von der Karte sehe ich ungefähr die Richtung Kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich, kann ich nicht Ich kann echt nur dir das machen, ne? Dann ist das ein Angriff und keine Heilung Ich habe gedacht Der linke Maustastenangriff wäre auch eine Heilung Weil die Weil dieser Angriff auch auf Flavius ging Aber anscheinend hat Wie haben wir die nochmal genannt? Wie heißt sie nochmal, Tussi? Ich habe es vergessen Ähm Ich habe einfach unbewusst erkannt Dass Flavius eine Arschkrampe ist Die angegriffen werden darf Ja, so und nicht anders Ne, ernsthaft Wie hieß die Tussi nochmal? Ich habe Ich habe den Namen vergessen Wie kann mir das nur passieren? Warte Jacqueline, genau Jacqueline war es Wieso kann ich Krass Ich darf niemals Kinder bekommen Ich vergesse sofort den Namen Hallo Herr Speer Ich habe deine Arbeit getan Hilfe Die waren auch so in ihnen in Gefahr Als ob ihr irgendwas machen würdet Leute Ohne mich seid ihr doch Nein Ihr seid aufgeschmissen Weil ihr nicht arbeitet Ihr seid überbezahlt Verschwindet Was soll das? Achso Das ist Irgendwas wichtiges, ne? Drücke Tasse B Und klicke doppelt auf das Symbol des Waffsets Mit Längesklick Um seine Inhalte zu überprüfen Ah Eine Tasche Seid ihr nicht mal anders aus? Uh 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 Eine Waffe Eine Waffe Und Da ist das noch nicht zerlegen Ich sollte das noch nicht zerlegen Ausrüstung Das ist noch gesperrt Okay Die Verbesserungen sind auch noch gesperrt Schade Dann lasse ich uns jetzt mal mit Tutorial wieder geblubber Voll quatschen Und Freuen uns dann